Es gibt hier ein eigenes Team, ist auch ein Team, das ich selbst entwickle und dann auf ThemeForest verkloppe. Mir geht es aber hier um Custom Themes, die also speziell für ein Projekt, für einen Kunden entwickelt wurden. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Stefan Fröhlich. Ich bin seit 1995 freiberuflicher Entwickler. Zu WordPress habe ich dann 2012 gefunden. Zunächst habe ich auch, das Thema hatten wir gerade im Vorgängervortrag, mit Premium Themes und Plug-Ins gearbeitet. Das habe ich aber genau zweimal gemacht in zwei Projekten, weil ich dann festgestellt habe, für mich funktioniert das nicht. Und habe dann eben angefangen, kundenspezifische Themes zu entwickeln. Wozu ein Custom Theme? Viele Gründe haben jetzt, ich weiß nicht, wie viele von euch haben den Vortrag von Jan. gehört im Slot davor? Naja, doch einige. Gut. Meiner Erfahrung nach haben Premium Themes und Theme Frameworks eins gemeinsam oder mehrere Dinge gemeinsam. Sie bringen viel unnötige Funktionalität mit sich, aufgeblähten Code und trotz all dieser Vielfalt an Funktionen fehlt es oft an einigen Features, die ich einfach für ein aktuelles Projekt brauche. Dann kann ich natürlich hergehen und dafür ergänzende Plug-Ins installieren. Die haben aber auch oft das gleiche Problem. Auch hier gibt es wieder viele Features, oft nicht die, die ich brauche. Und damit stehe ich wieder am Anfang. Außerdem haben eigentlich alle Premium Themes und auch wieder jedes einzelne Plug-In, was ich zusätzlich einsetze, ein großes Problem. Der aufgeblähte Code. Und außerdem werden viele CSS- und JavaScript-Dateien enqueued. Und die meisten Plug-Ins und auch die meisten Themes kümmern sich auch überhaupt nicht darum, welche Seite gerade angezeigt wird. Man installiert ein Kontaktformular und plötzlich ist auf jeder Seite und jeder Unterseite wird das JavaScript und das CSS für das Kontaktformular geladen, obwohl ich das Formular auf genau einer Seite darstelle. Und auch bei vielen Themes, zum Beispiel heute nehme ich ein bisschen das Avada-Theme auseinander, weil ich das gut kennengelernt habe auf einer Webseite, die ich für einen Kunden administriere. Da werden auch unzählige CSS- und JavaScript-Dateien auf jeden Seiten-Template geladen. Ob das benötigt wird auf der Seite oder nicht. Hier zum Beispiel eine der Seiten im Chrome-Inspektor angeschaut. Man sieht immens viele JavaScript- und CSS-Dateien. Und wir wissen auch alle, was das bedeutet. Es wirkt sich schlecht auf die Performance aus. Denn jede JavaScript-Datei, jede CSS-Datei muss geladen werden, bevor die Seite gerendert wird. Und entsprechend lange dauert es, bis die Seite auch wirklich für den Website-Besucher sichtbar ist. Damit ist das Ergebnis performance-mäßig sehr unerfreulich. Hier zum Beispiel eben mit dem Avada-Theme bei Google Page Speed Insight sind dann immerhin 27 von 100 Punkten. Damit möchte der durchschnittliche Website-Bezweiber wahrscheinlich nicht leben. Dann werden immer verschiedene Lösungssätze angepriesen. Spezielle Hosting-Pakete mit Mod-Page Speed oder Varnish Cache. Oder verschiedenste Plugins, die die gesamten Dateien zusammenfassen in ein CSS und in eine JavaScript-Datei. Das Ganze minifizieren. Ich habe es tatsächlich bei einer Seite mal geschafft, die Performance wirklich hochzuschrauben. Da haben diese Plugins das geschafft, was sie versprechen. Danach war wirklich eine CSS-Datei und eine JavaScript-Datei da. Und die Seite wurde noch dargestellt. Man kann die natürlich alle wunderbar konkatenieren und minifizieren. Aber wenn danach nichts mehr funktioniert, habe ich auch nichts davon. Es funktioniert also sehr begrenzt. Fazit demnach. Ein Premium-Theme ist sehr günstig in der Anschaffung für die, was weiß ich, 50 Dollar bei ThemeForest oder wo auch immer. Verursacht aber auch Folgekosten. Eben um unnötige Features auszublenden. Der Kunde ist im Normalfall nicht sonderlich glücklich, wenn er nur einen Custom-Post-Type braucht. Aber im Backend auch noch sieht die Testimonials und irgendwelche Quotes und was auch immer. Ich meine, das ist ein Backup mit so einer langen Latte an Einstellungsmöglichkeiten, die kein Mensch benötigt. Also muss ich die entfernen. Darüber hinaus muss ich zusätzliche Features implementieren, die ich für das Projekt brauche. Das Design sollte ja auch nach Möglichkeiten noch angepasst werden. Entsprechend habe ich auch noch Aufwand für Bug-Fixing. Ich muss testen. Habe eventuell Kosten für zusätzliche Plug-Ins. Habe Kosten für entsprechendes Hosting. Aber ich habe dann vielleicht ein verbessertes Ergebnis. Das geht aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Also ich habe das bei, ich administriere so circa 40 Webseiten für eine Agentur. Davon sind nur zwei von mir entwickelt. Und natürlich ist da immer der Wunsch nach Optimierung da. Und diese 79 von 100 ist anscheinend so eine Magic-Number. Das ist ein Punkt, da kann man hinkommen durch entsprechende Plug-Ins. Mod-Page-Speed auf einem entsprechenden Server kann natürlich nochmal einen gewaltigen Unterschied machen. Ist aber auch mit Kosten verbunden. Ich brauche eine entsprechende Server-Umgebung. Entweder ist es ein Server, den ich dann selbst verwalten muss. Dann habe ich damit entsprechenden Aufwand. Oder ich kaufe die Leistung ein. Habe entsprechende Hosting-Kosten. Sicherheit ist auch noch ein Thema. Habe ich sehr oft erlebt, auch jetzt während dieses Word-Camps sind drei solcher Seiten gehackt worden. Denn beliebte Themes haben auch beliebte Sicherheitslücken. Und das große Problem sind oftmals dann auch die Plug-Ins, die diese Themes integrieren. Die tauchen also in der Plug-In-Übersicht in WordPress selbst gar nicht auf. Die kann ich nur über das verwendete Theme aktualisieren. Ich habe das jetzt in drei Fällen erlebt, dass ein Web-Designer eben für schmales Geld mit Avada oder X eine Website gemacht hat. Dann aber vergessen wurde, den Lizenzschlüssel einzuspielen, sodass die Auto-Updates von dem Theme deaktiviert sind. Und in den Fällen haben die Kunden zwar schon versucht, WordPress aktuell zu halten. Das Problem ist aber, dass die in ein Theme integrierten Plug-Ins gar nicht in der Aktualisierungsübersicht auftauchen oftmals. Je nachdem, wie die das Theme einbindet. In dem Fall wird dann zwar WordPress aktualisiert, das hier nicht. Und solche Lücken durch veraltete Plug-Ins oder veraltete Themes lassen sich nun wirklich leicht ausbeuten. Hier habe ich zum Beispiel einen Screenshot beigefügt von WPScan. Das ist ein Ruby-basiertes Kommando-Zahlen-Tool, mit dem ich WordPress-Installationen einfach auf Sicherheitslücken scannen kann. Das ist sehr praktisch. Man gibt ein WPScan, dann die URL, gibt noch ein paar andere Optionen, aber das reicht schon. Und dann erhalte ich hier so einen Sicherheitsscan und kann genau sehen, man kann es jetzt hier nicht lesen. Aber letztendlich werden alle Plug-Ins aufgelistet und auch die entsprechenden Sicherheitslücken ausgegeben. Und ich erhalte dann immer noch eine ganze Litanei an URLs, wo ich auch nachlesen kann, wie man diese Sicherheitslücke ausnutzen kann. Also wer sich die Zeit und Mühe machen möchte, hat da ein ganz leichtes Spiel. Wie gesagt, es ist kein Problem, wenn alles regelmäßig aktualisiert wird, aber in der Praxis sieht es halt doch auch mal anders aus. Welche Vorteile bietet nun ein eigenes Theme oder ein Custom-Theme? Zum einen ist es ein individuelles Design, denn wenn eine Agentur zehn Seiten mit X macht, können noch so viele Paddings und Fonts und Farben ändern. Irgendwie sieht es halt auch immer aus nach X. Ein eigenes Theme bietet genau die Funktionalität, die ich brauche für ein Projekt. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und ich habe dadurch auch ein übersichtliches Backend, was wesentlich benutzerfreundlicher ist. Für diejenigen, die dann die Inhalte einpflegen. Außerdem gibt es keine bekannten Sicherheitslücken. Ich habe schlanken Code, denn ich habe selbst den Einfluss drauf, wie ich ihn programmiere. Ich komme mit wenigen CSS- und JavaScript-Dateien aus und habe dadurch eine deutlich bessere Performance. Also ein Theme, was ich selbst entwickle, hat einfach nur eine CSS-Datei und eine JavaScript-Datei. Und damit ist es dann ganz leicht, auch zum Beispiel auf diese 100 von 100 zu kommen, die ihr rechts im Screenshot seht. Das schaffe ich zum Beispiel mit meiner eigenen Website ohne Verwendung irgendwelcher Plugins. Selbst ohne ein Caching-Plugin. Was ich natürlich dann doch verwende, weil ich natürlich lieber statisches HTML ausspucke wegen der Response-Zeiten. Aber rendern tut das Ganze ohne jede Blockade. Natürlich, wenn man jetzt Google Analytics einsetzen möchte, schafft man es nicht auf die 100, weil Google eben immer eine Penalty vergibt von zwei Punkten wegen der Caching-Richtlinie für das Google Analytics-Script. Da kann man dann nichts machen. Ganz kurz möchte ich auch auf die Anatomie eines Themes eingehen. Wird allerdings jetzt nicht zu technisch, keine Angst. Wenn man ein eigenes Theme erstellt und mit HTML und CSS gut vertraut ist, muss man jetzt zunächst kein PHP-Guru sein, um ein Theme zu programmieren. Das ist eigentlich, man braucht relativ wenige Bausteine, um das Ganze zu starten. Zum einen braucht man ein neues, leeres Verzeichnis für das Theme. Das muss in WP-Content-slash-Themes liegen, standardmäßig. Natürlich reicht so ein Verzeichnis noch nicht aus. Man kann, wenn man dieses Verzeichnis einfach mal anlegt im Themes-Verzeichnis und im WordPress-Backend sich die zur Verfügung stehenden Themes anzeigt, beobachtet man schon was. Also WordPress sieht schon, es gibt ein Theme, aber leider wird es als beschädigtes Theme erkannt. Mit dem Hinweis eben, im linken Teil sieht man, es wird schon ein Name vermutet, anhand des Dateinamens, die man dem Verzeichnis gegeben hat. Aber dann kommt die Fehlermeldung, es fehlt ein Style-Sheet. Dieses Style-Sheet ist die Style-CSS, die ihr wahrscheinlich alle gut kennt. Hier einfach mal nur ein Beispiel für eine Style-CSS. Ganz wichtig ist, dass die auf jeden Fall den CSS-Kommentar-Blog oben aufweist, denn daraus zieht WordPress verschiedene Informationen, wie zum Beispiel den Namen des Themes, die Theme-Uri, eine Beschreibung, also auch die Daten, die ich dann letztendlich im Backend, in der Theme-Beschreibung anzeigen kann. Darüber hinaus muss die Style-CSS nichts enthalten. Also ich verwende zum Beispiel überhaupt keine CSS-Regeln in der Style-CSS. Ich mache das in der gesonderten Datei, die dann entsprechend enqueue tut. Die dient jetzt in diesem Fall auch nur der Beschreibung. Wenn man jetzt eine Style-CSS in dem Verzeichnis hinterlegt hat, dann ist das Theme leider immer noch beschädigt. Man sieht allerdings, bei Name steht jetzt hier schon eigenes Theme from scratch. Das ist das, was hier unter Theme Name in der ersten Zeile des Kommentar-Blogs steht. Also wir sind einen kleinen Schritt weiter. Allerdings wird hier eben noch angemahnt, dass mindestens eine Index-PHP-Datei da sein muss. Außer man macht ein Child-Theme, dann muss wenigstens in der Style-CSS noch auf das Pairing-Theme, das zu verwenden ist, verwiesen werden. Also brauchen wir noch eine Index-PHP. Hier ein ganz kleiner Ausschnitt. Ich will jetzt nicht allzu tief eingehen auf die PHP-Programmierung des Themes, aber nur mal hier rot hervorgehoben. Seht ihr, es gibt einen großen If-Blog, If-Have-Posts. Das ist eine Funktion aus dem WordPress-Core. Da kann ich eben fragen, gibt es denn Beiträge oder Inhalte, die ich jetzt auf dieser Seite darstellen kann? Wenn ja, dann kommen wir zu dem berühmten Loop. Falls nein, was ist dann der unterste Teil? Die untersten drei Zeilen wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben, dass nichts gefunden wurde. Ja, und in dem Loop werden dann eben die verschiedenen Beiträge, falls es mehr als einer sind, dabei nachdurchlaufen und entsprechend ausgegeben. Dafür gibt es dann verschiedene PHP-Funktionen aus dem WordPress-Core, wie zum Beispiel der Permalink gibt den Permalink der Seite oder des Artikels aus oder der Title, der Content. Das ist, denke ich, selbst erklärend, was die Funktionen machen. Nicht zwingend erforderlich, aber ganz praktisch ist auf jeden Fall noch die Screenshot-PNG. Das ist nämlich das Bildchen, was WordPress im Backend in der Siebenübersicht anzeigt. Sonst wird dann nur so ein Quadrat, was mit weißen und grauen Quadraten gefüllt ist, angezeigt. Also wenn wir jetzt zu Inneres verzeichnen, die Style-CSS, eine Index-PHP und eine Screenshot-PNG legen, wird das Ganze von WordPress schon als Theme erkannt und ich kann aktivieren klicken. Somit ist sozusagen der Rahmen geschaffen und ich kann das Ganze mit der nötigen Funktionalität füllen. Ein wichtiger Punkt, auf den ich noch eingehen möchte, ist, dass man natürlich unbedingt auch in den eigenen Templates den Header und den Footer einbinden sollte. Header ist also alles, was vor dem Loop kommt. Footer ist alles, was nach dem Loop kommt. Das ist einzubinden über die Funktionen GetHeader, hier rot hervorgehoben im oberen Teil, beziehungsweise GetFooter weiter unten. Das weist WordPress an, eben die entsprechenden Dateien einzubinden. Erstrangig wird von GetHeader dann meine eigene Header-PHP eingebunden und von GetFooter meine eigene Footer-PHP. Die zeige ich auch noch kurz. Das ist jetzt einfach nur ein willkürliches Beispiel für eine Header-PHP. Da wird der Doctype definiert, das HTML-Tag geöffnet, der Head, ein Style-Sheet eingebunden und hier jetzt auch wieder rot hervorgehoben. Ein ganz wichtiger Punkt, ich muss die Funktion WPHead aufrufen, damit eben auch noch alle anderen Funktionen oder Methoden, die für diesen Hook registriert sind, aufgerufen werden. Ganz wichtig eben, wenn ich zum Beispiel die Admin-Bar sehen möchte, die Schwarzimmer, zum Hin- und Herschalten zwischen Backend und Frontend. Wenn ich den WPHead hier rauslasse, gibt es die einfach nicht mehr, komme ich nicht mehr zurück. Oder auch Plugins funktionieren einfach nicht. Noch kurz zur Footer-PHP. Das ist also das, was quasi nach dem Content-Teil und nach dem Loop dargestellt wird. Wir sehen hier einen kurzen HTML-Footer und dann eben ganz wichtig unten vor dem schließenden Body-Tag der Aufruf der Funktion WP-Footer, die eben hier auch wieder zum Beispiel Plugins die Möglichkeit gibt, vor dem schließenden Body-Tag entsprechenden Code zu injizieren. Darüber hinaus gibt es natürlich eine riesige Anzahl von Template-Dateien, die man noch schreiben und ins Theme integrieren kann. Hier einfach mal nur ein paar am Rande genannt, zum Beispiel die Sidebar-PHP. Das ist das Template zum Einfügen der Seitenleisten. Ganz wichtig, die Functions-PHP, wo ich verschiedene Einstellungen definieren kann. Styles und Scripts, N-Quen oder D-Quen. Front-Page-PHP ist zum Beispiel das Template für die Darstellung der Startseite, sowohl für die letzten Beiträge als auch für die statische Seite, unabhängig davon, was im Customizer ausgewählt wurde. Page-PHP ist das Template für die Darstellung von statischen Seiten, wenn es keine speziellen gibt. Sale-PHP ist ein Template für die Darstellung einzelner Beiträge und entsprechend dazu noch Category-PHP, Archive-PHP, eben für die Darstellung von Kategorien und Archiven. Und das Ganze kann ich natürlich, wenn ich Custom Post Types verwende, noch entsprechend erweitern für die Einzeldarstellung oder für die Archiv- und Kategoriedarstellung von Custom Post Types. Ich habe euch hier auch noch zwei Links reingebracht. Einen zur Template-Hierarchie, da wird die Template-Hierarchie in WordPress ganz genau erklärt. Und noch ein anderer Link zu den einzelnen Template-Files, da könnt ihr das nachlesen. Unterm Strich werdet ihr, je nachdem, wie kompliziert die Seite aufgebaut ist, nicht allzu viele Template-Dateien brauchen. Hängt aber natürlich auch vom eigenen Programmierstil ab. Eins, was ich noch zeigen möchte, was man ja kennt von den Premium-Themes eben auch, ich erstelle eine neue Seite und habe dann unter den Attributen eine Dropdown-Liste, wo ich wählen kann zwischen dem Standard-Template und verschiedenen anderen Templates. Das erreiche ich dadurch, dass ich in meine PHP-Templates, die die jeweilige Funktionalität zur Verfügung stellen, einen entsprechenden Kommentar-Blog einfüge, der ist hier rot vorgehoben, steht einfach Template-Name. Danach, alles was danach kommt, ist der Name, den ich dann auch später im Backend, in der Dropdown-Liste sehen kann, um dieses Template auszuwählen. Normalerweise brauchen wir dann natürlich noch weitere Komponenten, um das Projekt umzusetzen. Das ist relativ schnell erklärt, das sind Custom Post-Types mit entsprechenden Taxonomien, Custom Fields und soweit gewünscht eben auch noch verschiedene Plug-Ins. die ich natürlich auch mit einem Custom-Theme beliebig einsetzen kann. Custom Post-Types und Taxonomien kann ich entweder einfügen in mein Theme, indem ich die entsprechenden Code-Seilen selbst schreibe. Wer es ein bisschen bequemer haben möchte, wird auch von vielen gerne gemacht, gibt es verschiedene Generatoren. Eine bekannte Webseite ist zum Beispiel generatewp.com. Da kann ich verschiedene Kriterien und Einstellungen für meinen Post-Type eingeben, drücke dann auf den grünen Button und dann wird mir unten ein Code-Snippet ausgegeben, was ich einfach Copy-Paste in die Functions.php oder in eine andere PHP-Datei einfügen kann. Und schon ist der Custom Post-Type definiert. Manche verwenden dafür auch Plug-Ins. Ein bekanntes ist WP-Types. Bei den Custom Fields gibt es ähnliche Möglichkeiten, auch hier wieder Code oder generatewp und viele andere natürlich. Ein Plug-In, was ich fast ausschließlich dafür verwende, ist Advanced Custom Fields Pro. Denn das Plug-In wird sehr gut gepflegt. Ich hatte noch nie Probleme damit und kann damit wirklich komfortable und umfangreiche GUIs aufbauen. Natürlich kann man mit entsprechenden Bibliotheken, die es auch bei GitHub zuhauf gibt oder auch mit selbstentwickelten, das auch alles selbst bauen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ein sehr gutes Plug-In, womit man auch umfangreiche GUIs schnell aufbauen kann. Das war es jetzt, sage ich mal, zu den eigentlichen Komponenten, die man für ein Theme braucht und welche Vorteile dann Custom Themes bietet. Was ich euch noch zeigen möchte, sind einfach ein paar Tools für einen effizienten Workflow bei der Entwicklung, ohne die ich persönlich nicht mehr auskommen möchte. Das eine ist eben die lokale Entwicklungsumgebung, die Versionsverwaltung und Deployment mit Git und die Automatisierung mit Grunt. Die lokale Entwicklungsumgebung ist relativ übersichtlich. Man braucht einen Webserver plus PHP plus MySQL als Webserver entweder Apache oder Nginx. Wenn man unter OSX arbeitet oder Unix oder Linux, ist es ein leichtes in den Apache zu installieren, plus PHP plus MySQL. Windows-User oder auch OSX-User, die jetzt nicht so scharf daraus sind, auf der Command-Line sich zu bewegen, können zum Beispiel MAMP installieren. Da ist also der Apache MySQL und PHP schon gekapselt in einem Download-Paket, bietet verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten. Mir persönlich ist die bordeigene Ausstattung unter OSX-Viva. Jetzt habe ich also eine lokale Entwicklungsumgebung. Ich habe ein Team, was ich gerade entwickle. Empfiehlt sich dann natürlich, die Dateien auch zu versionieren mit Git, das ist ganz klar. Und was eben sehr vorteilhaft ist, man kann die Dateien damit auch deployen, zum Beispiel auf einen Staging-Server oder auf die Produktionsumgebung auch. Hier noch kurz für Git natürlich. Ihr könnt eure Projekte auf GitHub unterbringen. Da gibt es die kostenlose Möglichkeit, die Projekte öffentlich zu schalten. Man kann die Repositories natürlich auch privat dort unterbringen, ist dann kostenpflichtig. Andere Möglichkeit wäre zum Beispiel vertauerliche Projekte auf Bitbucket.org unterzubringen. Zum Deployment mit Git. Ich habe jetzt also hier meinen lokalen Rechner ganz links mit meinem Repository. Ich habe jetzt gerade ein neues Bild von meinem Theme gemacht. Ich möchte das auf dem Staging-Server dem Kunden zeigen oder auch einfach mal über das Web ausprobieren. Dann pushe ich mein Repository in dem Fall auf Bitbucket. Und Bitbucket und natürlich auch die ganzen anderen Anbieter bieten die Möglichkeit, dass man Hooks definiert. Ich kann also sagen, in dem Moment, wo ich auf den Server etwas pushe in meinem Repository, führe diese oder jene Aktion aus. Und ein sehr nützliches Tool ist dann in diesem Fall, eben den Hook zu definieren, der in dem Moment, wo ich auf den Server pushe, ein Skript auf meinem Staging-Server ausführt, was automatisch den Git-Pull ausführt. Sprich, in dem Moment, wo ich lokal meine Änderungen committe, die auf den Server pushe, löst der Hook auf meinem Staging-Server ein Skript aus, was automatisch den neuesten Stand der Dateien auf den Staging-Server holt. Das heißt, mit einmal Apfel S und einem Commit und einem Push ist das Ganze auch schon sichtbar im Web. In der Produktionsumgebung würde ich das natürlich nach wie vor manuell machen, damit ich da mehr Kontrolle habe, wie das Ganze abläuft. Der letzte Punkt, auf den ich noch zu sprechen kommen möchte, ist die Automatisierung mit Grunt. Die bietet nämlich sehr viele angenehme Möglichkeiten. Grunt ist ein... Wie viele von euch kennen Grunt? Ja. Doch. Gut. Grunt ist ein JavaScript-Task-Runner, also eine Möglichkeit, Vorgänge bei der Entwicklung zu automatisieren. Und für mich die elementarste Task, wir sehen also hier unten, mein Team besteht aus verschiedenen Dateien, jetzt mal exemplarisch SCSS, PHP, JPEG, SVG, was auch immer. Grunt beobachtet die Verzeichnisse, die ich konfiguriert habe, mit der Watch-Task und schaut einfach, ändert sich was. Jetzt mal hier exemplarisch für SCSS. Ich habe das an meiner Main-SCSS geändert. Grunt erkennt, die Datei hat sich verändert, kompiliert automatisch die SCSS-Datei zu CSS. In dem nächsten Schritt lasse ich das Ganze dann vom Auto-Prefixer mit den Vendoren-spezifischen Prefixen versehen, beziehungsweise falls sich auf irgendeinem Weg Prefixes eingeschlichen haben, die da nicht hingehören, entfernt der Auto-Prefixer, die auch. Danach wird im nächsten Schritt die CSS-Datei mit den Prefixes minimiert und schon habe ich ein perfekt minifiziertes CSS, was absolut Browser-kompatibel ist. Wenn es mir dann noch zusätzlich um Performance-Tuning geht, kann ich auch gleichzeitig mit Grunt auch noch das kritische CSS aus dem Gesamt-CSS errechnen lassen für die jeweilige URL, habe also da auch die Möglichkeit, das dann noch zu injizieren in den Head an der Seite, wenn ich das möchte. Und dann ganz oben der Live-Free-Load, immer wenn sich was geändert hat an den Dateien und in dem Fall dann zum Beispiel nach dem ganzen Processing, nach dem Processing der SCSS-Datei bis hin zu den fertigen CSS-Dateien wird die Seite auf allen Geräten, die jetzt lokal bei mir im Netzwerk hängen, über den Live-Free-Load neu geladen. Das heißt, ich habe hier eine Windows-Maschine stehen, ein altes Macbook, einen iMac, verschiedene Android-Geräte, iOS-Geräte und in dem Moment, wo der Live-Free-Load ausgelöst wird, wird es auf allen Geräten neu geladen, die Seite. Ungeheuer praktisch. Damit bin ich dann auch schon am Ende meines Vortrags. Gibt es noch Fragen? Ja, gleich hier. Wie funktioniert es mit dem Live-Free-Load? Es muss ja auch für den Endgeräten irgendwas auch dort sein, damit das Endgerät hinbekommt, oder? Also es gibt mehrere, achso, die Frage war, wie das mit dem Live-Free-Load funktioniert, muss da auf den Geräten jemals was installiert sein. Es gibt für die verschiedensten Desktop-Browser schon Plugins, die ich einfach installiere, dann wird automatisch auf der Live-Reload-Schnittstelle gelauscht, ob da was kommt. Also es verbindet sich automatisch mit dem Grund. Es gibt natürlich auch viele Geräte, für die es kein solches Plugin gibt. In dem Fall müsste ich dann einfach in den Header der HTML-Datei ein kurzes Skript einfügen, was den Browser eben anweist, darauf zu reagieren. Das funktioniert auch sehr gut. Muss man dann natürlich in der Produktionsumgebung rauslassen. Sonst noch Fragen? Du meinst in dem Beispiel Header-PHP? Ja, das war einfach nur ein willkürliches Beispiel. Enquion würde ich, wie ich dann nachher auch dann kurz gesagt habe, Enquion würde ich in der Functions-PHP natürlich. Genau. Also bei mir geht es um diesen Punkt. Hier. Genau. Hier in der Header-PHP Malte Bernhard gab es dieses Link-Tag für die Einbindung der Main-CSS oder Main-CSS natürlich nicht erforderlich ist, in dem Moment, wo ich das Ganze über die Functions-PHP Enquion. Das stimmt. Sonst noch mehr? Vielleicht noch eine Anmerkung. Da haben wir jetzt bei Grunts ein bisschen erforderlich waren. Also gerade in die Mac-User da gibt es ja eine Software-Skarte kommt jetzt. Da haben wir schon gehört, dass die so eine schöne UI hat, wo man sich so automatisiert passt. Der Hinweis war, dass es natürlich auch die Möglichkeit gibt, jetzt nicht unbedingt den Grunt selbst zu installieren mit den Modulen, sondern eben auch entsprechende Anwendungen. Bernhard Mancic Code Kit kenne ich jetzt persönlich nicht. Genau. Also was ich noch kenne für Mac-User gibt es auch Live-Reload. Das gibt es eben auch im App-Store für schmales Geld, was letztendlich eine kleine Grunt-Entwicklung einrichtet, wo ich dann eben mit einer GUI, mit der Maus das Ganze entsprechend konfigurieren kann. Sehr viel bequemer, schneller eingerichtet, bietet aber natürlich auch weniger Möglichkeiten. Ja? Wohl dazu ein, um die Datenbanken synchron zu halten zwischen den verschiedenen Instanzen, also die Entwicklungsstation, lokal und die Instanzen? Die Frage war, welches tool ich einsetze, um die Datenbanken synchron zu halten von den verschiedenen Entwicklungs-Stages? Eigentlich keines. Also lokal habe ich einfach Testdaten, um die Funktionalität des Themes zu testen und meistens lasse ich die, je nachdem, welchen Zeitplan das Projekt auch hat, meistens lasse ich einfach den Kunden schon mal auf der Staging-Umgebung anfangen, einen gewissen Datenbestand einzugeben und spiegle mir den dann einfach lokal, falls ich ihn tatsächlich mal brauche und wenn dann ein bestimmter Datenbestand da ist, wird der auf die Produktionsumgebung eingespielt und der Kunde kann von dort aus weiter pflegen. Dann ist noch wer? Gut, dann sind wir am Ende meines Vortrags. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Die Folien